Einer weniger, drei weniger. Ihr wisst, wohin das führt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um Herzenswunsch. So heißt dieses neue Event hier, was ihr sehen könnt. Ich habe hier bereits fünf Kommandanten ausgewählt, deswegen kann ich euch das nicht mal vorher zeigen oder vorher nachher. Man hat eine ganze Liste von Kommandanten, die man auswählen kann. Das sind aber die ganz normalen Kommandanten, die man auch normal in der legendären Taverne bekommen kann. Man muss dazu sagen, legendäre Taverne gibt es nichtsdestotrotz weiterhin. Man hat auch hier immer noch die Möglichkeit, die 200 Schlüssel auszugeben. Das haben wir allerdings hier nicht, denn hier hat man nicht diesen Bonus, dass man so eine Truhe bekommt, sondern 10 Kommandanten auswählen kann. Und hier hat man eine heutige Chance, also pro Tag 10 Versuche. Zumal geht dieses Event insgesamt fünf Tage. Wir haben jetzt nur noch eine halbe Stunde, das ist heute vorbei. Und da kann man dann so viele Schlüssel öffnen, wie man möchte. Ich habe schon 65 Schlüssel um und bei geöffnet, leider keinen vollständigen Kommandanten gezogen. Wir können mal hier oben auf das I gehen. Und dann sehen wir hier nochmal, wähle fünf Kommandanten, um spezielle Truhen zu erhalten, die jede Menge entsprechende Belohnungen enthalten. Darunter die gewählten Kommandanten und ihre Skulpturen. Also man wählt diese fünf Kommandanten aus, die man möchte. Und diese kann man dann ziehen mit den Herrscher-Schlüsseln. Stadtgehalter können Herrscher-Schlüssel oder Edelsteine benutzen, um Truhen zu geöffneten Truhen findest du garantiert einen legendären Kommandanten oder eine Skulptur. Also, um Truhen zu öffnen und darin enthaltenen Gegenstände zu bekommen, in jeder zehnten von dir geöffneten Truhe, das ist das normale wie sonst auch. Ich bin einfach nur in der Reihe verhutscht. Wenn du während dieses Ereignisses einen legendären Kommandanten oder seine Skulpturen erhältst, dessen Expertise du schon freigeschaltet hast, wird er automatisch gegen einen Herrscher-Schlüssel ausgetauscht. Bedeutet, es bringt euch absolut gar nichts, einen Kommandanten dort zu nehmen, die ihr schon eine Expertise habt. Täglich können bis zu 100 Truhen geöffnet werden. Das tägliche Limit wird um 0 UTC zurückgesetzt. Am Ende des Events werden ungenutzte Herrscher-Schlüssel verwahrt und können im nächsten Ereignis dieser Art wieder genutzt werden. Sobald Kommandanten ausgewählt wurden, kannst du dich nicht mehr umentscheiden, also wähle mit Bedacht. Das heißt, wenn ihr diese fünf Kommandanten ausgewählt habt, könnt ihr sie nicht mehr ändern. Ich hoffe für dieses Ereignis und nicht für immer. Das sind so die Prozentzahlen, die man hat, um diese Kommandanten zu ziehen. Und die weiteren Gegenstände, Sachen, die man so ziehen kann. Wir müssen uns das bei der legendären Taverne mal angucken. Die Chancen sind da geringer, aber es sind ja auch mehr Kommandanten, mehr Sachen, die man bekommen kann. Beziehungsweise es sind mehr Kommandanten einfach nur. Ich öffne jetzt mal hier eine einzelne. Zack, jetzt gehen sie alle in die Truhe und es kommt raus ein goldener Stern. Das ist natürlich jetzt nicht so pralle. Jetzt öffnen wir mal 10. Und das ist das Endergebnis. Ich muss sagen, ich habe sehr oft 10 geöffnet und habe immer nur maximal drei Kommandanten-Skulpturen drinne gehabt. Nie vier oder fünf. Ich finde die Ausbeute ein bisschen sehr dürftig. Ich habe keinen kompletten Kommandanten bisher gezogen. Auch jetzt wieder nicht. Das ist für mich persönlich ein bisschen enttäuschend. Ich habe aber auch schon andere Mitglieder gehabt, die haben in der Anzahl, die ich hatte, bereits schon zwei Stück gezogen. Vielleicht für mich mit oder so. Keine Ahnung. Ja. Dann sollte dieses Event eigentlich recht einfach und schnell erklärt sein. Wie oft das in einem KVK erscheint, das kann ich leider nicht sagen. Ob das jetzt nur einmal erscheint für fünf Tage und dann nie wieder. Und dann erst wieder beim nächsten KVK. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, es kommt häufiger. Ich halte es für sinnvoller, die Herrscherschlüsse für dieses Event aufzubewahren. Weil hier kann man Kommandanten auswählen, die man wirklich braucht. Und hier kriegt man sie halt einfach zugelost. Wenn ihr natürlich jetzt noch sehr, sehr viele offene Kommandanten habt und sie freischalten wollt oder ähnliches, dann könnt ihr natürlich auch legendäre Taverne nehmen. Wie gesagt, hier hat man ja am Ende die Möglichkeit, zehn Skulpturen von einem Kommandanten zu erhalten. Von denen hier. Ja. Und dieses Event, legendäre Taverne, geht über 45 Tage. Oder 50 Tage. Ich weiß es gerade nicht. Sollten 45 Tage sein. Oh mein Gott. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.